Wir unterstützen unsere Fans, meine Meinung, das war sehr wichtig. Im Namen meiner Mannschaft und Coachingstuff auch danke für diese Saison. Ich will auch mich bedanken für unsere Sponsoren, besonders für unsere vier großen Sponsoren New Yorker, BSNMG, Volkswagen und offensche Versicherungen, zusammen im Nordrhein-Westfalen. Wir wissen alle, was war letztes Jahr hier in Braunschweig, dass wir eine sehr schwere Situation gehabt haben. Wir haben in der Liga geblieben gegen diese Wildcard. Ich habe vor der Saison gesagt, wir wollen uns neu instrukturieren, wir wollen einige Bereiche sanieren. Das, was betrifft die Mannschaft, meine Meinung, wir haben viele gute Sachen gemacht. Das war unsere Zeit von Anfang an, in der Liga zu bleiben. Wir haben das geschafft, mit ein bisschen mehr Glück. Vielleicht wäre es möglich, auch etwas mehr zu machen. Aber wir müssen mit das zufrieden sein. Und wir müssen auch positiv nach vorne gucken. Ich habe gesagt auch, wir wollen unsere Infrastruktur verbessern. Und hoffe ich, dass jetzt endlich wir bekommen unsere Halle. Jetzt komme ich an von Nieder. Und ich habe auch vor dem Mai Monat ein neues Podcast bekommen. Das ist eine neue Sache, meiner Meinung nach sehr wichtig. Und ich bin Trainer. Ich war immer optimistisch und ich gehe auch für nächstes Jahr optimistisch. Das ist schon klar, wie das unser Motto war. Das wir wollen lernen von unserer Arbeit und unserer Kontinuität. Und was betrifft Kontinuität? Ich habe gesagt in erster Linie, was betrifft Mannschaften? Und hoffe ich das auch in diesem Bereich. Wir wollen Kontinuität behalten. Wir wollen alles versuchen. Diese eine, was wie man sagt, dass diese Gründe von Neustadt behaupten. Und dann auch wichtig nächstes Jahr auch etwas mehr machen. Vielen Dank!